einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch freunde heute gibt es hier ein test video von mir und zwar geht es um den verbund ghostcatchers und ja der kost 50 euro da bekommt ihr 102 schuss hört sich im ersten moment ein bisschen hart an vom preis her aber ich sag mal so man kann ihn mitnehmen muss ihn aber nicht es sind einige gute keks drauf verbaut sind ja bus 3 aber zwei davon taugen meiner meinung nach wirklich was vielleicht wird er in den nächsten jahren noch mal ein bisschen günstiger aber schaut euch mal das testvideo an und dann könnt ihr selbst entscheiden ob der verbund euch zusagt oder eben nicht ich finde ihn jetzt nicht so wirklich krassen aber schau will euch mein eigenes urteil viel spaß mit dem ghostcatchers verbund so 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 Vielen Dank.